Meine Damen und Herren, jetzt gibt's richtig einen auf die Glocke. Der wohl größte Fight, den die Boxgeschichte je gesehen hat. Das Highlight des Arts. Ladies and Gentlemen, are you ready? Hier ist Boxweltmeisterin Christina Hammer! Meine Damen und Herren, schön, dass du da bist. Die jüngste deutsche Boxweltmeisterin aller Zeiten! Glückwunsch! Christina, du bist topfit. Ganz kurz mal deine Bilanz bisher in deinen Profikämpfen. Ich bin acht Jahre ungeschlagen gewesen. Ich habe 26 Kämpfe und eine Niederlage in Amerika gehabt. Okay, wow! Wie viele K.O.? Elf! Elf! Ich kenne mich aus mit Leuten weghauen. Was hast du dir für heute Abend vorgenommen? Du bist auf jeden Fall heiß. Du hast gesagt, du willst deine Bilanz weiter nach oben schrauben. Das auf jeden Fall. Es freut mich sehr, auch mit Ralf und Thorsten in den Ring zu stehen. Und zeigen, was du drauf hast. Dass nicht nur Männer schlagen können, sondern Frauen können das genauso gut. Christina hat das Ganze schon ein bisschen angeheizt. Du machst dich hier noch ein bisschen warm. Kommt mal bitte alle runter. Denn jetzt kommen die Männer. Und zwar gehen die Männer gleich in den Ring. Christina wird gegen euch boxen. Sie schnappt sich abwechselnd jeden von euch für 20 Sekunden. Und das zwei Minuten lang. Also muss jeder dreimal 20 Sekunden durchhalten. Der höchste Puls, der höchste gemessene Puls geht in die Wertung. Und am Ende versuchen wir das Ganze zu addieren. Es geht nicht um den höchsten Puls, dass der gewinnt. Sondern ihr solltet versuchen cool zu bleiben. Schnappt euch schon mal die Handschuhe. Wenn? Wie bei Rocky damals. Rocky Balboa. Als erstes steigen in den Ring Ben und Jochen. Unsere Leichtgewichtsklasse. Geh schon mal rein. Es geht erst los, wenn der Gong ertönt. Willst du den Hut abnehmen? Die kommt nicht mal in meine Nähe. Die kommt nicht mal in deine Nähe. Ben, hier bitte in diese Ring-Ecke. Einmal kurz noch Liebe. Nein, nix hier. Ben, komm hier. Hier in Stellen. Jochen in die andere Ring-Ecke. Fängst du mit Jochen an bitte? Fangen bitte mit Ben an. Hör mal ganz kurz zu. Wenn der Gong ertönt, dann legt Christina los. Nach 20 Sekunden wechselt sie und widmet sich dem anderen Mann. Christina, du startest bitte, weil er noch lächelt, mit Jochen. Scheiße, ich hab zum ersten Mal schon einen Puls. Alter, ich bin Profi. Alter, ich bin Profi. Ich hatte den Hut drauf. Gut, seid ihr bereit? Das Spiel heißt Boxbude und startet mit dem Gong. Und zwar jetzt. Krass. Was? Was? Gut, wechseln. Bei Ben geht der Puls nur vom Zuschauen hoch. Ich war nicht mal, ich war nicht mal. Deckung, Deckung, Deckung. Gut. Ben, du sollst dich verteidigen. Du sollst dich verkübeln. Scheiße. Wechsel. Schnapp dir Jochen. Jochen, tranquilo. Tranquilo. Jetzt ist der Brustgurt von Ben aktiv. Ich bin fertig eben gerade. Ich will dich ja gar nicht sagen. Gut. Christina, Ben. Boah. Oi, 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 oi. Das ist ein Ringkampf. Schiedsrichter, Ben, loslassen. Und wieder Jochen. Was? Oh, oh, oh. Oh, sag mal. Komm mal, komm. Ei, ei, ei. Oh, und wechseln, wechseln. Bei Ben. Oi, oi, oi. Die letzten Sekunden laufen. Und Schluss. Oh. Halleluja. Sehr gut. Jochen und Ben, komm bitte raus. Also da ist ganz kurz das Feuer entfacht worden, als Ben hinterrücks dir gegen die Schulter geschlagen. Da hast du auch gedacht. So, jetzt kriegt er ein, ne? Sie haben von Verona alle gescheuert, weil sie sie angespuckt haben. Nein. Ja, ich weiß, aber... Nein, ich glaube, sie hat Mitleid. Alles gut. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, meine Damen und Herren, aber ich schicke jetzt einfach mal Ralf und Thorsten ebenfalls in den Ring. Jetzt kommt die Heavyweight. Ich glaube, Christina ist erst warm geworden. Torsten, hier in die Ecke, bitte. Ralf auf die andere Seite. Ralf und Thorsten, denkt noch mal ganz kurz dran, ne? Es geht nicht darum, besser zu sein als Christina, sondern es geht um einen niedrigen Puls. Okay? Und weil es so viel Spaß macht, Christina, möchte ich gerne, dass du mit Thorsten anfängst. Aber keine Kick, ne? Los geht's. Oh, guck mal hier. LeKatz, LeKatz! LeKatz, LeKatz! LeKatz, 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 LeKatz! LeKatz, LeKatz! Wechsel, Ralf! Oh. Oi, 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 Oi. Kommt das alles? Halt den Puls unten. Wechsel, Torsten. Leg up, leg up, leg up, leg up, leg up. Leg up, leg up, leg up. Leg up, leg up. Wechsel, Ralf. Ui, okay. Komm, 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 komm. Und die letzte Runde mit Torsten. Und Christina noch mal alles. Alles bei Ralf. Und Schluss. Ralf, Torsten, Christina, kommen alle runter. Ganz toll, dass du mitgemacht hast, super, vielen Dank. So, jetzt einmal, Christina, wir gucken uns einmal an, weil Torsten hat nämlich einmal zugehauen und hat dich, glaube ich, erwischt. Aber das war, ne? Alles gut. Aber das ist alles okay, das gehört dazu. Im Einfaches Gefecht passiert das manchmal. Ein bisschen. Aber jetzt mal ein ganz ehrliches Urteil, wir haben sich die Jungs geschlagen. Sehr gut, also besser als er war es auf jeden Fall. Ja, also war für dich auch ein bisschen anstrengend oder sagst du, egal? Es ist nicht zum Frühstück. Mach es auf jeden Fall. Danke nochmal, Christina Hamer. Yes. Viel Erfolg für alles, was so noch kommt. Ganz toll, dass du mitgemacht hast. Danke euch. So, komm mit. Viel Erfolg. Danke. Also das war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ihr habt euch alle sehr gut geschlagen, weil das ist nicht einfach, ne? Wenn da jemand auf einen zurast, da geht schon der Puls nach oben. Wir gucken uns jetzt mal sozusagen den höchsten Puls unserer Leichtgewichte an. Von Ben und Jochen 175 zu 168 und von Thorsten 166 zu Ralf 146. Wir addieren die Werte wieder und der niedrigste Gesamtwert gewinnt 314 zu 341. Das bedeutet Team Verona hat es wieder geschafft. Der Zwischenstand. Hier ist die Übersicht. Und auch dieses Spiel landet auf eurem Konto. Also 8 zu 1.